Vier Tage, ca. 30 Grad, hunderte Helfer, tausende Besucher, mehrere Millionen Beats, ganz viel Sport, das ist das Ulmer Sportfest. Vier Tage Sportfest Highlight ist für mich einmal, so ein Sportfest gibt es in der Gegend. Gar nicht mehr, das ist wirklich das Highlight. Das Besondere an dem Sportfest ist einfach, dass jeder wirklich mithilft quasi. Für jeden ist was dabei, für Groß und Klein. Wir haben verschiedene Angebote für jede Altersstufe und eben jeder hilft jedem und einmal kommen alle zusammen. Ja, also wenn man die vier Tage hier beschreibt, kann man das eigentlich nur einen Ausnahmezustand nennen. Es ist Wahnsinn, was hier abgeht, die ganze Party, die Events, Fußball. Ich würde das Sportfest allen empfehlen, weil es mit eines der Größten hier in der Umgebung ist und immer ein schöner Anlass mit seinen Freunden zu feiern und Zeit zum Urlaub. Die Abendveranstaltungen sind, was die ganze Organisation und so weiter angeht, auch echt das Highlight, würde ich sagen. Ich danke als Bürgermeister im SV Ulm für das großartige Sportfest, natürlich jedem Helfer und jeder Helferin. Ich wünsche mir für die kommenden Jahre, dass weiterhin junge Nachrücke. Für das nächste Sportfest wünsche ich mir immer wieder ganz viele Besucher, die mit uns zusammen den Verein und auch unsere Feierlichkeiten zusammen erleben und feiern eben. Und ansonsten natürlich immer ganz viel Gesundheit auch für die Spiele. Vielen Dank.